Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MC at Work. Wir sind mal hinterbei in der dritten Staffel und spielen Dusty Greens. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Diesen Dueling Coaster von Schwarzkopf. Und da werden wir jetzt hier heute noch ein bisschen weiterbauen in diesem Thrill-Bereich. Und werden dann denke ich in der dritten oder in der vierten Folge anfangen, den Kinderbereich hier zu bearbeiten. Bevor ich das vergessen sollte, was gerade hier passiert, wenn ich das nicht mache. Einmal. So. Ich habe das in dem letzten Ding schon mal gemacht, also das was kaputt gegangen ist, da war es schon mal drin. Und zwar, dass ich Einbahnstraßen mache, um zu verhindern, dass hier zu viele Leute auf einmal loslassen. Aber wenn die dann sich entgegenlaufen, dann wird es denen da oben zu voll. Und deswegen machen wir das so, dass es wie so zwei verschiedene Richterstraßen gibt, so einbahnstraßenmäßig. Dann zerrt sich das Ganze ein bisschen und dann wird es da oben nicht so schnell zu voll. Und dann zerrt sich das Ganze. Und dann zerrt sich das Ganze. Das Ganze ist das Ganze. Und dann zerrt sich das Ganze. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir werden jetzt auch gleich beginnen, die Arbeiter einzuteilen, weil die sonst unter Umständen nicht richtig arbeiten wollen, werden tun, machen, ist egal was, so bist du denn. So, wie wir jetzt sehen, wie wir jetzt hier sind, die Arbeiter einzuteilen, sind wir jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020